Die mit Gras zu markieren geht auch. Jetzt hat die einen roten Teppich. So, kann ich die noch an die Wand klatschen? So, hier sind auch noch Kisten, die kriegen auch noch einen roten Teppich. Fertig. Das sind ab jetzt noch die ins Krams. Das ist der Abhang mit den verschiedenen Bodenschichten. Was in verschiedenen Jahrhunderten und Jahrtausenden... Bionalus Rage Mode. Dass die das da so eingebaut haben, finde ich echt krass. Guck dir an, was ich da gemacht habe. Ich raste aus und bin völlig produktiv. Unproduktiv, aber ich werde mal kurz auf Schiff kommen. Nein, produktiv. Sag mal, hörst du mal auf, mich zu ärgern? Dann wird das ja langweilig hier. Produkziere mich nicht. Ich produziere was. Etwas, was alle Menschen aus der Räumlichkeit lagt. Oh nein, pupst du schon wieder. Also wenn er eins kann, dann das. Oh ja, du weißt. Weil ich keine Nerftöne. Was hast du denn? geh die Nachbars. Oh nein. Was ist das? Ich wurde dir? Oh ja, du weißt. . Vielen Dank. 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 But weißt du was? Die brauchst du nicht. Was sagst du? So, jetzt können wir gehen. So. Schau schatzen.